Willkommen zurück zum DLC Deadman von Arizona Sunshine, der hat gerade irgendwas gelabert, von wegen hier kommt bald eine Atomrakete und wir müssen hier irgendwo erledigen, ne? Die haben die Kontrolle über den Outbreak verloren, die wollen die Atombombe zünden oder Rakete oder was auch immer. Also ist das quasi Vorgeschichte, Junge, Pre-Log oder wie jetzt die Stadt, ne? Echt? Weiß ich nicht. Hast du mir schön aufgemacht. Penner, Junge. Mein Scheiß, Kompass, hau ab. Bei mir war nichts, weißt du? Bei mir war Arbeit. Oh. 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 Ja, kümmere dich mal um den, ich guck nach Loot, Junge. Ja, ja, ich muss für die Drecksarbeit machen. Ohne Ente. Ente. Du lockst die Zombies an. Ich hab ein Back gefunden, Junge. Ich hab ein Back gefunden, und... Oh. Ne. Das Einschussloch. Was ist mit dem Einschussloch? Das hängt in der Luft. Das hängt in der Luft, ja. Ja, komm. Mit dem Einschussloch hängt in Luft. Ja, für den Preis, was das mal gekostet hat hier, ne? Also... Das DLC, 2,50 Euro. Ja. Da kann man schon mehr für verlangen, als so ein in der Luft schwebendes Schussloch. Ein Schussloch. Vielleicht war es auch ein Ausschussloch. Ich glaube nicht. Weil, wieso hänge ich hier immer fest? Au. Bitch. Aber immerhin schnitzel, Junge. Ich brauche Schnitzel, Junge. Was hängt hier eigentlich rum bei den... bei den Soldaten? Weiß ich nicht. Ist echt dunkel, ne? Hast du hier schon überall reingeguckt? Was ist das für ein Revolver? Wieso? Okay. Hast du gerade auch so ein paar einzelne Kugeln gefunden? Ja, also für einen Revolver ist das. Ja. Habe ich auch gefunden. Und eine Keycard. Und einen Schraubendreher. Ne, den brauchen wir nicht. Der nicht Übergröße hat wie sonst immer in dem Spiel. Das ist... war jetzt nur keine Übergröße, weil du den gefunden hast. Hätte ich den gefunden, wäre der Übergröße gewesen. If you know what I mean. Musst du was kompensieren? Mit großen Schrauben ziehen. Oh, mein Schraubendreher ist zu groß für diese Schraube. Ach so, hier. Key... Key Schraube... Key Schraube, Junge. Keycard. Ziehen, Junge. Ziehen. Ziehen. Junge. Oh, oh. Das ist ein Timer, Junge. Ja, das ist für... Das ist nicht gut. Für die Atomakete. Mach doch die Tür zu, Junge. Die Klettern drüber. Junge. Ich kann mit nicht bewegen. So lange dauert... Der Klettern drüber im Zaun. Bis das Ding kommt oder was? Junge, hängt er da im Zaun fest. Ja, ja. Er wird nicht geklettert. Von wo kommt denn hier ein Aufzug oder was? Vielleicht geht das Ding im Boden auf, hier diese Luke. Könnte sein. Ja, gut. Hä? Ach so, der fährt hoch. Guck mal, der versucht reinzukriechen. Witzig. Hä? Drückt doch irgendwas. Das ist doch. Hier zieh den Hebel. Hast du nicht, Junge? Habe ich schon, Junge. Nee, leuchte sie weg. Tschüss. Das war knapp. Ich bin da unten gleich noch viel mehr und wir fahren da jetzt hin. Sehr gut. Wo hast du die Taschenlampe her? Die war hier drin. Ach so. Ah. Meine Taschenlampe hat Übergröße. Das ist natürlich uncool jetzt hier. Ja. Bisschen. Bisschen. Bisschen klettern. Ob man hier runterfallen kann? Bestimmt. Ja, was das denn? Ich will ja nicht dran vorbei. Das geht nicht. Andere Richtung? Da ist auch noch eine Taschenlampe, Junge. Ach, andere Richtung. Ich habe auch noch eine Taschenlampe. Den Übergröße. Ja. Junge. Habe ich auch so einen Lack und Lederanzug an, Junge? So ein Grün? Jaja. Das ist gar keine Taschenlampe. Ach ne, jetzt wird es wieder dunkel. 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 Ekelhaft, Junge. Ekelhaft, Junge. Hast grad so ein geiles... Hä? Was? Voll geil mit dem Echo. Richtig geil. Echo, Junge. Echo. 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 Hallo Echo. Hallo Otto. Ja, so alt bin ich. Ja, komm. Den Walkes kenn ich auch. Ja, echt? Okay. Ente. Natürlich. Was hast du mit deinen Enten immer? Weiß ich nicht. Anfassen. Äh. Westrooms? Unisex, Junge. Ekelhaft. Benimm dich mal. Ja. Benimm dich mal. Dich mal. Dich mal. Ne? Oh. Da wohnt wer. Da ist ein Kollege, Junge. Oh. Boah, die Taschenlampe, ne? Was mit denen? Bringen quasi gar nichts. Ach, geht. Wie so ein Loch im Boden, Junge. Besser als ein Loch im Dach. Das stimmt. Dann müssen wir runter, wa? Ja. Aber ich will nicht. Ich würde es schätzen. Guck mal, kann ich mir den Hut aufsetzen? Warte mal. 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 Nö, kann man nicht nehmen. Lame. Ja. Ja, ne? Jupp. 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 Ich muss das wechseln hier. Da kommt noch so ein Kollege, Junge. Jetzt nicht mehr. Junge, hat das schon wieder alles weggelootet hier. Junge, richtig aufgesaugt. Also hier fehlt irgendwas. Geht nicht. Geht irgendwas. Fehlt irgendwas. Fehlt irgendwas, Junge. Schlüssel benötigt. Da liegt ein Gewehr. Oh, that's nice. Ah, coole Maske. Boah, kann mal einer Licht einschalten? Das ist ja Katastrophen mit den scheiß Taschenlampen. Hallo. Hallo. Ich glaube, wir sollen das Licht einschalten, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, wo liegt denn hier der Schlüssel rum? Irgendwo muss ein Schlüssel sein. Hier ist ein Schlüssel. Wo? Da hinten? Ja. Das sieht natürlich aus. Schon wieder eine leere Kiste hier. Junge, Junge. War nichts drinne. War das hier? Ist nichts, na gut. Do not open. Also ich würde es auch noch. Ja. So. Drücken, Junge. Kannst nicht lesen. Habe ich jetzt auch Munition für das Ding? Ne, aber ich. Toll. Na ja, ein Magazin ist ja drin. Ja. Willst du mir klauen, Junge? Ich wollte die Lampe klauen, aber ich war nicht schnell genug. Kannst du das Radio anmachen? Schneller. 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 Ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, du solltest mir das Gewehr geben. Ja. 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 Scheiße. Wow. Ja. Ja. Schon ein lettert, Junge. Hilfe. Hä? Oh oh. Wo hast du das hingelegt, Junge? Wo ist es? Ich weiß es nicht, Junge. Na doch, ich habe es hier, hier. Ich habe es fallen lassen. Ich muss hier weg, sonst bin ich gleich tot Da kommt das Teil, was wir hier gerufen haben Oder auch immer das Komm weg hier, Junge Komm Nice, nehmen wir mit Die da? Ja, können wir mitnehmen Weg hier, Junge, weg hier Jetzt Achterbahn fahren, Junge Den habe ich gezeigt, Junge Do not enter Cooles Auto, Junge Mega, Junge Was ist das für ein Modell? Sieht schon schick aus Junge, Echo ist weg Nein, ich glaube, ist wieder da Nee, ist wieder da War kurz weg Junge, Rakete Ach, das ist die Atomrakete, wovon er geredet hat Echt? Ja, bestimmt Ich glaube, wir starten ja am besten, wenn wir drunter stehen, oder? Ja, ich glaube auch Kommt gut Das kommt gut Zumindest frieren wir dann nicht mehr Jetzt kriege ich hier auch noch so einer rum, ne? Junge Oh Gott Junge, was? Ey, Alter Halt doch mal still, Junge Ja gut, ich habe auch keine Munition mehr, weder Pistole noch Gewehr Oh gut Gut, ich habe dann die Taschenlampe, ne? Also so viel Schuss habe ich jetzt auch nicht, ne? Also es könnte Oh geil Könnte eng werden Ja, jetzt habe ich wieder 90 Schuss mit dem Gewehr, das ist schon in Ordnung Ah, jetzt habe ich wieder 100% Energie, sehr schön Ich glaube, ich habe meine Taschenlampe verloren Es scheint, als hätte diesmal jemand den Start im letzten Moment abgebrochen Ah, wir brauchen wieder einen Schlüssel, um die Rakete zu starten, Junge Ah, hier ist ein Hebel Hier ist eine Tür Tür ist auf Der Alarm ist nicht gut Um Himmels Willen, was ist denn mit euch? Ich habe 130 Schuss für irgendwas, für irgendeine Waffe, die ich nicht habe Welche ist es denn? Ich habe keine Ahnung Aber soll ich das wissen? Was ist das denn, Alter? Ja, nice Nice das Magazin Automatische Dropfände, oder? Irgendwie sowas Nimm du mal Dann überlasse ich dir die? Ja, habe ich aber nicht Kommt ja bestimmt noch Meinst du? Die kommt bestimmt noch Klar Oder liegt die hier hinter? Hallo? Ne Ich stecke fest, hier sind irgendwie so Plastikkisten, die lassen mich nicht durch Oh, guck mal Oh, guck mal Die Munition ist Du meinst einen übergroßen Schlitten? Ja, ja, passend halt, ne? Zu meiner Ausstattung Zu deiner großen Vagina? Oh, Junge Kein Gerinn auf den Fluren Guck mal, da hinten ist das Ding, wofür die Munition ist Einmal tauschen, ne? Oh, ja, dafür sind die 130 Schuss Junge Das ist ein geiles Teil, oder? Das ist nice Habt ihr die P90 dahingelegt, jung Ich habe keinen Platz für P90 Alter Krankes Ding Ist schon nice Kann man auch nicht anders sagen Da kriege ich schon noch einer Hä? Ah, ist schon so verreckt Noch so ein Magazin für das Hotel Oh, Schlüssel Wo? Oh, Schlüssel Hab ich gefunden Ganz alleine Wie kommt man da in die Ecke rein? Mit Play Space Manipulation, Junge Hast du aufgemacht, oder nicht? Ja, ja, ist nix drin Okay Ja, hier müssen wir ja gar nicht schlagen Oh, geile Sau, Junge Ja? Ja, bisschen angegammelt, aber sonst Ähm, tja, also Junge, in die Fresse Kannst du mit dem Schlüssel jetzt nicht irgendwas aufschließen? Ne, nicht hier Schönheit Wo war das hier, ne? Hier war das, glaub ich, ne? Ne, hier links Ne Warte, hier links War das da so? Ne, hier auch nicht Ne? Ne Ja, dann war das hier so Und dann da ganz hinten Hier Na ja, genau Drück aufs Knöpfchen, Max Checkpoint Okay, die geht jetzt hoch, Junge Ich wollte das schon immer mal von so nah dran sehen Ja, aber ich glaube, wir sollen weg Nein, ich glaube, das Holz hier vor den Fenster, das hält Junge Oh, hallo Aber in welche Richtung soll man weg? Nein, Pistole fallen lassen, Junge Hier ist Munition für dein dickes Ding Für dein übergroßes Ding Das ist gut Aber ich sehe nichts, Junge Wo bist du? Sowieso? Da bist du ja Immer den Schüssen nach Oh, ist leer 50 Sekunden, Junge Ja, Junge Jetzt Ewig Zeitung, Ewig Nimm nicht einfach irgendwas, Junge Das sind meine Zu spät Ich muss an die Oberseite gelangen Hä, will man weg, direkt weg, neben der Turbine hier Junge Geht ab, das Ding hier jetzt Gar kein Problem, die startet gleich neben uns Oh Oh Paff, paff, junger Paff Tschö, junge, tschö, junge Oh, wir sind tot Oh, wir sind tot Oh, ups Wir waren zu langsam Wir waren zu langsam Ah, scheiße Ja, hoffentlich nicht wieder von Anfang an Ne, ne, wir hatten ja ein Checkpoint Wir hatten ja Checkpoint Okay, jetzt raus hier Oh, guck mal, Munition Das ist mein Stichwort zu gehen Ja, egal Wir haben keine Zeit, Junge Aber jetzt haben wir Munition Ich habe hier noch Munition für dich liegen Ich weiß nicht, wie lange hier bleiben kann Ich brauche ihn nicht Ich tue mein Bestes Wir wissen hier raus, Junge Jetzt bauen die direkt von meiner Nase Ich muss an die Oberseite gelangen Taschenlampe brauchen wir nicht Weiter, das Ding macht genug nichts Junge Weg hier, weg hier Hä, ich sehe nichts So lange haben wir eben gebraucht Jetzt aber Fahr schneller Ah, jetzt hier, der Hitzeschild Ah, ist mega easy Genau, natürlich Die Kollegen, die wir von übrig gelassen haben Oh Wo ist der LKW? Wo ist der verdammte LKW? Was von LKW? Wer hat denn? Ah, der links Leutnant, Leutnant Parker Ach, du scheiße Hallo Lieutenant Ja, der ist, äh Oh, geht los Nice Tschüss Boah, Junge Krass Geil Mega Ich kann jetzt nicht Er hat auch hier Silvester Junge Ich muss gucken Komm ich immer noch an Gescheißert Ich muss auch gucken Sieht schön aus Ja, ne Alter, wie die geflogen ist Du musst weitergehen Keep moving, aber wohin Du musst weitergehen Hat er gesagt Ich glaube, wir sind fertig Ja, aber da sind doch Ne, ne, da sind noch welche Aber wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir dann da hin? Schon wieder unterirdisch Oder so'n Scheiß Ja, hier ist ein Aufzug, ne? Ne, von hier sind wir gekommen Ich wollte sagen, es ist halt nicht der mit dem wir Ja, ja Ja, wie kommen wir da hin? Ja, gut, dann müssen wir in das Loch springen Guck mal da hinten Da rechts Was? Da ist auch irgendwas Wo das Fass steht und Licht ist War hier vielleicht vorher abgeschlossen? Oder einfach hier durch den Zaun Hier ist ein Schlüssel Ne, geht nicht Hier ist ein Schlüssel Schalüssel Hallo Hallo Ach da, und da ist die Tür für den Schlüssel Und hier ist ein Schrank Mit Pistolenmontationen Das ist nicht schlecht Habe ich davon auch wieder welche Hier ist die Tür, Junge Do not open Zack, auf Ich glaub, das war's, oder? Ja, Checkpoint erreicht Hä? Das war's nicht, halt Hier gibt's keine Maps Ja Ne, müssen wir in einem durch In einem durch, Junge Müssen wir in einem durch Junge Ui Hier stinkts Sieht ein bisschen Sieht ein bisschen giftig aus hier Vor allem sehen die Zombies auch giftig aus Oh, schon wieder leer, das Ding Oh Wir müssen bestimmt da hinten hoch Hier ist nix, Junge Hier ist ne Gasmaske Also ich kann jetzt frei durchatmen Ich glaube nicht Hallo Ist hier jemand? Oh Hier ist tatsächlich jemand Oh, ich hab keine Munition mehr für das Ding Mit der Zeitdruck Echt Ich glaube Aber ich seh keinen Countdown 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 Oh, oh Junge Ey Wieso werd ich denn grad getroffen? Von wem? Oh, Junge Du penner schon wieder Unfassbar So gut wie tot war ich gerade Keine Frikadelle hier, Junge Lauf, Junge Lauf Ja, da oben sind Menschen Oh Ah, Tatsache Nice Junge Mach die scheiß Tür auf Oh Junge, komm Ich nehm so viele Freddy's mit, wie ich kann, Junge Hallo Jungens Ich kann nicht atmen Ich kann mich nicht bewegen Ich verwandle mich, oder was? Ach, deswegen Dead Man, okay Und jetzt töten die uns Jetzt seid ihr erschossen Junge Gut Das war's schon Ja, krass Ja, weißt du Da waren wir grad in Sicherheit Und dann verwandeln wir uns in Zombies Mies Ja, so ist das Aber wir haben die Rakete gestartet Das stimmt Das stimmt Miese Angelegenheit Württige Games Hatte man eben schon Ja gut Das war dann auch schon das DLC Haben wir schnell abgehandelt Hier Hat Spaß gemacht Auf jeden Fall Dann würde ich sagen Sehen wir uns beim nächsten DLC Bis dahin, bye bye, ciao Tschüss